ja wir wollen uns heute mit dem thema beschäftigen wie man am besten abmahnungen vermeidet was heißt abmahnung also alles das was unter dem oberbegriff ungemacht droht schadensersatz ist eine sache natürlich nach urheberrecht aber auch nach datenschutz das können recht nach dem nach der datenschutz grundverordnung das können recht große beträge sein aber viel gefährlicher für viele von ihnen von ihren projekten ist wenn eine unterlassungserklärung kommt wenn also tatsächlich gefordert wird dass sie die bilder die sie gerade nutzen nicht weiterverwenden können das fassen wir so ein bisschen jetzt unter dem begriff abmahnung zusammen das ja wollen wir uns heute anschauen was können sie also selber tun dass sie hier nicht weiter belästigt werden von anwaltskanzleien von gerichten von ansprüchen solcher art dazu gibt es eine recht kurze antwort nämlich ja vermeiden sie risiken also wenn sie jetzt noch was zu tun haben und schnell weg müssen das wäre die kurze antwort ich führe das gleich ein bisschen aus aber ja vermeiden sie risiken bei der nutzung von bildern im internet ich habe das ein bisschen versucht heute an einem beispiel festzumachen sie sehen im hintergrund schon eine person die so ein bisschen aussieht wie ich in jüngeren jahren was auch zutrifft und ein opel astra ich vergleiche das so ein bisschen mit dem kauf eines wagens sie haben wenn sie auto wenn sie ein auto kaufen wollen verschiedene möglichkeiten sie können einmal sagen ich nehme ein neuwagen ein neuwagen mit garantie mit servicevertrag das alles mit drin marder und was so alles mit fährt sie können also recht sorglos risikofrei an ihr ziel kommen sie haben aber auch die möglichkeit ein gebrauchtwagen zu kaufen wie dieses exemplar ich kann ein stück zurückgehen mein alter opel astra mit dem ich über den gesamten balkan gefahren bin und sie sehen ich bin auch wieder zurückgekommen ich habe das auto leider nicht mehr aber es hat gehalten es ist bis zurückgekommen also auch ein gebraucht fahrzeug kann von a nach b fahren und seinen zweck erfüllen es kommt immer auf die frage an was will ich denn eigentlich mit den bildern machen ein neuwagen das schauen wir uns gleich so ein bisschen beim thema datenschutz an ein neuwagen vergleichbar mit der frage kann ich wie mache ich das bild selber wenn ich selber auslöse oder vielleicht sogar ein fotografen direkt an der handhabt der das macht im eigenen unternehmen oder ich beauftrage ein oder ich nehme eine bildagentur eine seriöse bildagentur für dich ein bisschen geld in die hand nehmen muss die mir aber sagt ähnlich wie beim neuwagen ich übernehme alles haftung egal was passiert ja kommt jemand und hat irgendwas dagegen kommt ein anwalt und etc ich bezahle dir den daraus entstandenen schaden wenn also sozusagen irgendwas mit dem bild nicht in ordnung sein sollte das ist unser neuwagen an diesem bild wollen wir uns heute ein bisschen orientieren natürlich können sie auch gebrauchtwagen kaufen weil sie sagen ja so groß ist das projekt gar nicht wir wollen so ein bisschen intern ein paar powerpoint präsentation damit füllen oder wir haben eine interne dokumentation oder etwas was nicht so groß vom umfang ist das kann man eben tatsächlich eben mit der gebrauchtwagen klasse schaffen dann haben sie eben nicht die versicherung dass das alles klappt und übertragen auf bilder oft auf den bezug auf bilder ist das halt der fall wenn sie hier zum beispiel lizenzfreie bilder kostenlose bilder im internet nehmen wo es eben gerade diese haftungsfreistellung nicht gibt schauen wir uns heute alles an das ist ein recht großes gemengelage zu mit datenschutzrechtlichen themen und urheberrechtlichen themen das alles in einer stunde das ist recht anspruchsvoll ich versuche das an allen stellen so gut wie möglich zu verknappen dass sie mir folgen können ganz zum schluss wollen wir uns noch anschauen was ist denn eigentlich mit kibildern wie kann ich kibilder nutzen sie haben in einem der vorherigen impulse schon einmal gesehen wie man kibilder macht ich habe mir das auch angesehen heute auch kibilder mit dabei und auch dazu wollen wir ein bisschen ins gespräch kommen und ganz am ende natürlich wieder all ihre fragen beantworten die sie jetzt hier unterwegs einsammeln oder die ihnen aufkommen ausgangssituation was ist also ja der anfang klar sie brauchen bilder ein bild sagt mehr als tausend worte und sie können ein so schönes bild nehmen wie ich das hier habe aber sie brauchen es eben verschiedene produkte und das ist der klackpunkt für was brauche ich das ist es nur was internes ist es weniger aufwendig oder sind es chromose multimedia präsentation die ich hier einsätze das ist so ein bisschen der unterschied ja nachdem sich ihre strategie bemessen sollte wie sieht sich das ganze oder wie stellt sich das ganze da hier mal der kurze überblick wir haben natürlich hier den betroffenen ganz da oben der hier sozusagen fotografiert wird hier dieser junge mann mit großem bauch und er wird fotografiert von einem urheber dem fotografen der macht ein bild des betroffenen ganz einfach und am ende gibt der fotograf das bild an sie weiter sie sind verantwortlicher für die verarbeitung der daten und stellen das bild am ende auf die internetseite oder in ihr projekt ein das ist die ausgangssituation der bauch des jungen manns der ist geschützt ja nicht nur der bauch sondern auch der ganze recht rest vom mann hier ist geschützt er hat ein recht am eigenen bild dieses recht am eigenen bild das ist besagt dass ich entscheiden kann ob mein bild tatsächlich verwendet wird und wie es verwendet wird ja unter bestimmten voraussetzungen geht das nur das heißt der bauch und der rest vom bauch der drüber und drunter das ist alles geschützt das recht am eigenen bild der fotograf der das bild macht der hat auch ansprüche nämlich der hat einen schutz seiner fotografischen werke nach dem urheberrechtsgesetz und letztendlich haben wir den verantwortlichen der sich noch um den schutz der person bezogenen daten kümmern muss bevor er das projekt eben tatsächlich online stellt also eine recht komplizierte gemengelage die wir uns heute so ein bisschen angucken wollen mit unterschiedlichen schutzbereichen einmal das recht am eigenen bild das habe ich schon gesagt aber auch die datenschutzgrundverordnung die das ganze so ein bisschen überlagert und wenn es eben personen auf den bildern gibt hier die grundrechte und grundfreiheiten der natürlichen person schützt insbesondere eben das recht der oder den schutz der person bezogenen daten und wie gesagt das urheberrecht das hier die fotografischen werke schützt zurück zu unserem bild wir haben also den neuwagen kauf ich habe noch nie ein neuwagen gekauft das heißt ich muss jetzt ein bisschen improvisieren aber vielleicht geht es ihnen da anders sie haben also ein neuwagen und haben alle möglichen garantien übertragen auf unsere bildernutzung im internet bedeutet das eben ja klar ich nehme eigene bilder die ich unter beachtung des datenschutzes selbst produziert habe oder eben die durch den fotografen unter beachtung des datenschutzes eben hier gemacht wurden oder ich übernehme eben bilder einer bildagentur die mich hier von der haftung freistellt wenn irgendwas schief geht das ist unser neuwagen damit wollen wir jetzt thematisch anfangen das ist also die beste möglichkeit die risikoärmste möglichkeit dass sie da unbehelligt ihre projekte fortsetzen können ohne dass jemand kommt und sie abmahnt oder will dass ihre bilder zukünftig nicht mehr verwendet werden dürfen wann ist datenschutz relevant ja das kann man gleich ganz kurz zusammenfassen immer dann wenn sie es eben tatsächlich kommerziell einsetzen hier gewerblich irgendwie nutzen wenn sie es eben nicht rein journalistisch oder rein privat sozusagen verwenden dann sind sie hier im datenschutz das haben wir uns ja in dem vorherigen impuls schon mal ausführlicher angeschaut ich fasse bloß noch mal kurz zusammen wenn sie personenbezogene daten hier einmal verarbeiten dann müssen sie eben hier bestimmte grundsätze einhalten wie die rechtmäßigkeit und die transparenz darauf gehen wir heute nur ein das ist sozusagen immer mit zu beachten und das ist der erste punkt an dem viele schon aussteigen wir wollen ein paar beispielsfälle machen damit sie jetzt erstmal reinkommen in das thema nämlich die erste große aufgabe bei solchen bildern ist da überhaupt personenbezug drauf in der praxis bekomme ich diese anfrage relativ häufig und häufig wird sie auch falsch eingeschätzt obwohl es gar nicht so schwer ist sie müssen da so ein bisschen scherlach holmes mäßig investigativ erstmal rausfinden gibt es da überhaupt ein personenbezug hier ein beispiel bild eines seminars wie sie früher noch stattgefunden haben vor bevor wir uns alle nur noch im webinar gesehen haben da saßen wir so zusammen und diese frage wenn ich die jetzt offen in den raum stellen würde würden viele von ihnen vielleicht sagen er ist kein personenbezug da ich kann hier wirklich niemanden erkennen ich drehe mich das was man eine todsünde beim vortrag drehe mich immer ganz gern um und frage erkennen sie mich jetzt noch und da würden viele sagen ja klar das war es nicht so schwer und ähnliche auswirkungen hat das hier auf diesem bild es ist ja völlig egal ob das gesicht zu sehen ist sobald ich eben tatsächlich irgendwie den bezug zur person herleiten kann ist das eben ein personenbezogenes datum und damit sind wir dann eben auch wenn wir das verarbeiten in der datenschutz grundverordnung wenn es eben tatsächlich irgendwie möglich ist hier auf diese person einen rückschluss zu führen das kann nach ständiger rechtsprechung schon dadurch sein dass die körperhaltung besonders ist dass die kleidung oder die mitgeführten gegenstände zu einer bestimmbarkeit führen der personenbezug ist relativ schnell da wenn es eben tatsächlich mit weiteren hilfsmitteln möglich ist hier auf diese person irgendwie ja auf diese person einen rückschluss zu führen das heißt wir haben relativ schnell sobald sie da irgendwo personen mit drin haben einen personenbezug der sich ganz selten ausschließen lässt das ist also sehr weit zu verstehen und dementsprechend ja sind dann natürlich nur die bilder nicht davon erfasst wo sie eben ja gar keine personen drauf haben oder ja wo sie eben keinen personenbezug ableiten können im zweiten wollen wir uns anschauen wie kann ich denn solche bilder so verwenden rechtssicher das ist ja das thema heute damit am ende niemand kommt und sagt das hast du falsch gemacht oder nimm mal das bild von der webseite oder ich kriege jetzt schadensersatz ja wenn wir bilder verwenden dann brauchen wir natürlich rechtsgrundlagen für alles wenn ich das bild schieße braucht das eine rechtsgrundlage wenn ich das bild weitergebe und verwende brauche ich eine rechtsgrundlage dazu haben wir auch in dem vorherigen impuls schon gesprochen also schauen sie sich das gerne auch nochmal an das heißt wir müssen uns immer danach richten was gibt es eben für rechtsgrundlagen wir bleiben mal in unseren beispielen drin ich glaube das macht es am besten deutlich noch mal das bild hier von diesem seminar alle sitzen da gemütlich zusammen und jetzt ist die idee dieses bild auf die webseite zu bringen das sind alles beschäftigte ja also normalerweise setzt man sich nicht privat in so eine schulung rein also das ist jetzt eine fortbildung gewesen und diese beschäftigten sollen auf der webseite des verantwortlichen wahrgestellt werden wir haben gerade schon erörtert dass das obwohl wir jetzt hier vermeintlich nicht so viel sehen dahinten trotzdem personenbezug hat dieses bild also jetzt nur zu sagen das sind hinterköpfe erkenne ich nichts reicht nicht aus mit wenigen hilfsmitteln kämen wir hier auf die namen max mustermann etc wir würden rausfinden wer das ist das heißt wir sind in der datenschutz grundverordnung drin und müssen uns jetzt anschauen auf welcher basis können wir dieses bild denn auf die webseite stellen und dann machen wir das was wir immer machen wir suchen eine rechtsgrundlage ohne diese rechtsgrundlage dürfen wir das nicht ja dann sind sie in dem bereich der der schadensersatzforderung das heißt wir schauen uns an was können wir tun in betracht kommt hier paragraf 26 bundesdatenschutzgesetz der hier die datenverarbeitung im beschäftigungsverhältnis regelt und hier ist ganz klar geregelt für zwecke des beschäftigungsverhältnisses darf das verarbeitet werden wenn erforderlich das gleiche finden wir hier im artikel 6 buchstabe b also absatz 1 dsgpo wenn hier die erforderlichkeit da ist erforderlich für die durchführung des beschäftigungsverhältnisses ja weiß ich nicht wie sie das einschätzen aber das wird wohl in keinem fall wirklich erforderlich sein dass ich hier die beschäftigten auf die webseite stelle wie also welche tätigkeit soll es denn sein dass ich hier sozusagen nicht ohne die veröffentlichung dieses bildes arbeiten kann das da fällt mir zumindest kein beispiel feier an was anderes ist der fall wenn ich namen zum beispiel als ansprechpartner auf die webseite stelle kontaktpersonen etc das wird in der regel machbar sein aber hier ein bild von beschäftigten auf die eigene webseite zu stellen ist in der regel zumindest nicht und das war ja das was wir gerade angeschaut haben über den vertrag über den ja beschäftigten vertrag wenn arbeitsvertrag abbildbar weil es natürlich andere möglichkeiten gibt hier nach außen aufzutreten und es nicht ja nicht erforderlich ist dass dieses bild eben auf der webseite ist im umkehrschluss heißt dass wir haben hier nicht diese rechtsgrundlage die wir gerade uns angesehen haben wir haben nur die möglichkeit hier über eine einwilligung sozusagen den beschäftigten freundlich zu fragen ob er denn bitte auf der webseite erscheinen möchte das machen viele von ihnen und so kann man eben auch den außen auftritt etwas auf hübschen und eigene beschäftigte darauf stellen über den arbeitsvertrag in der regel ist das nicht möglich einwilligungen sind formgebunden sie haben inzwischen aber sehr viele vorlagen gute vorlagen wie sie finden das heißt das muss man nicht selber machen aber auch hier ganz wichtig verfolgen sie mit der einwilligung unterschiedliche zwecke dann sollten sie die eben auch aufführen ja ich bin damit einverstanden dass mein foto auf der internetseite veröffentlicht wird und das ist vielleicht darüber hinaus auch noch in anderen produkten aufgeführt wird auch separat noch mal die einwilligung einholen dann sind sie auf der sicheren seite der die schwachstelle der einwilligung ist die dass sie eben hier nach artikel 7 absatz 3 des gvo jederzeit widerrufen werden kann der beschäftigte kann also jederzeit sagen ach doch nicht ja und davon ist die person eben immer in kenntnis zu setzen das heißt das muss in der einwilligung irgendwo drin stehen sie können jederzeit sagen ich möchte nicht deswegen ist die einwilligung an sich nicht so gut geeignet für größere produktionen sie sind wieder in diesem beispiel am anfang was wollen sie eigentlich machen umso größer und kosten intensiver das projekt ist desto weniger ist die einwilligung die richtige rechtsgrundlage sie ist dann einfach nicht gut geeignet um hier langfristig zu arbeiten weil jederzeit die gefahr besteht dass der betroffene sagt jetzt möchte ich nicht mehr das müssen sie vorausdenken mit denken ist es für sie also ohne probleme möglich hier davon abzurücken wenn das nicht geht brauchen sie eine andere rechtsgrundlage dazu kommen wir gleich noch anderes beispiel teilnehmer einer veranstaltung sie sehen ich habe heute ein paar privat bilder mitgebracht das macht sich auch für mich rechtssicher wir haben hier veranstaltungen die wir im auch im tourismusbereich regelmäßig fotografisch festhalten sie sehen hier einen jungen mann mit bierfässern und netto kostümen also nichts besonderes das war im rahmen einer karnevalsveranstaltung kann ich nur mutmaßen und hier gehen wir ganz oft eben dann weil wir ja auch kein vertrag haben und auch keine einwilligung über das berechtigte interesse rein das ist zumindest die idee die rechtsgrundlage eben artikel 6 absatz 1 buchstabe f wonach die verarbeitung eben hier breite möglich ist wenn die grundfreiheiten grundrechte und grundfreiheiten des betroffenen nicht überwiegen und dann kann man sozusagen mit einer sogenannten interessen abwägung hier zu dem ergebnis kommen dass man bilder verwenden kann ja das heißt sie haben einmal natürlich hier das interesse auf der anderen seite des jungen mannes der hier mit bierfässern unterwegs ist gegenübergestellt zu den interessen die sie eben haben sie möchten über diese veranstaltung berichten das ist vielleicht sogar ihre eigene veranstaltung und möchten hier eben darstellen wie sich das zugetragen hat bei solchen abwägungen die wir in diesem bereich machen die sind nicht so ganz einfach ich versuche das trotzdem einmal kurz darzustellen diese interessens abwägung ist ein bisschen natürlich einzustellen was konkret wird denn hier überhaupt gezeigt insofern sie hier die intimsphäre erfassen oder eine diskreditierende darstellung weiß nicht ob das schon diskreditierend ist wenn man zwei bierfässer in der hand hat viele von ihnen werden sagen ist doch ganz normal wo ist das problem also das kann man eben als einfluss sehen das bringt die interessens abwägung eher in richtung des betroffenen und hinzu ich kann dieses bild nicht verwenden das gleiche betrifft heimliche verdeckte aufnahmen kinder in der regel oder rückschlüsse zu sensiblen daten all das beeinflusst unsere interessens abwägung und führt im umkehrschluss dazu durch das bild nicht über die interessens abwägung nehmen kann das sind also die kriterien wenn sie in den erwägungsgrund 47 reinschauen dann wird auf die vernünftigen erwartungen abgestellt was kann derjenige der dort fotografiert wird und der auf dieser veranstaltung ist vernünftigerweise erwarten was mit seinen bildern passiert kann er erwarten dass das vielleicht dokumentiert wird kann er erwarten dass das ein ein kinofilm wird das wohl eher nicht ja also da sind alle extreme denkbar das ist also auch ein kriterium was ich verwenden kann um zu schauen geht in der interessens abwägung eigentlich durch genau was kann vernünftigerweise eben hier was ist vernünftigerweise hier sozusagen zu erwarten was mit diesen daten passiert das ist die große frage die wir uns im rahmen der interessens abwägung stellen jetzt wird es ganz kurz kompliziert oder noch ein bisschen komplizierte das liegt nicht an mir sondern an der tatsächlich recht schwierigen rechtslage wir haben eine vorschrift aus dem kunsturheberrechtsgesetz § 23 was ist das denn nun eigentlich das kunsturheberrechtsgesetz schützt das recht am eigenen bild unabhängig von der datenschutz grundverordnung also bevor es die datenschutz grundverordnung gab haben wir nur da reingeguckt und da steht eigentlich drin alte rechtslage bilder sind dann geschützt oder sind immer nur geschützt wenn also bilder sind geschützt der betroffene muss einwilligen in die veröffentlichung seines bildes es sei denn ja es sei denn diese ausnahmen sind da das guck ist nach einer legermeldung jetzt nicht mehr anwendbar insofern wir in der datenschutz grundverordnung sind warum gucken wir uns das trotzdem an weil die gerichte und auch die aufsichtsbehörden der auffassung sind überwiegend dass man das im rahmen einer interessens abwägung berücksichtigen muss wenn ich also bilder machen aufgrund eines meines berechtigten interesses ja was dem interessen und so weiter des betroffenen überwiegt weil ich sage ich habe das einfach ihr habt die besseren argumente auf meiner seite dann kann man auch hier sozusagen in § 23 guck reingucken das passiert also regelmäßig und hier finden wir verschiedene beispielsfälle die wir sozusagen auch zu unseren gunsten auslegen können unter anderem eben bilder von versammlungen aufzügen das sind eben ja auch veranstaltungen vereinsveranstaltungen kongresse et cetera die wir hier sozusagen auch beim karnevalsumzug sozusagen einstellen können wenn ich dahin gehe dann hat zumindest nach § 23 guck braucht keine einwilligung das nehme ich in meine interessens abwägung mit rein ich hoffe das ist nicht zu kompliziert ist die kurzform aber das bringt sozusagen punkte im rahmen der interessens abwägung und führt dazu dass ich solche bilder dann eben eher verarbeiten kann hier auch wieder ganz wichtig was mache ich mit diesen bildern was ist denn eigentlich mein mein vorhaben was will ich realisieren habe ich ein riesen projekt mache ich eine eigene dokumentation das beeinflusst natürlich die interessens abwägung ja der schutz der betroffenen person ist natürlich auch abhängig davon in welchem umfang ich meine daten verarbeite in welchem umfang ich dieses projekt realisiere das steht also ganz am anfang diese interessens abwägung kann gut gehen wenn sie sich zum beispiel für die eigene dokumentation anlege aber gegen beispiel kann auch schief gehen wenn ich sage ach super ich nehme jetzt alle teilnehmer dieser veranstaltung und macht tassen werbung jetzt werden sie sagen völlig unrealistischer fall ich hatte den tatsächlich schon auf dem schreibtisch ich hatte eine passen werbung mit teilnehmer einer veranstaltung die betroffene nicht gut fanden warum ist doch schön mein bild auf einer tasse wenn das im handel zu kaufen wäre das wäre doch spitze ja das sieht gut aus ich hätte auch gerne eine solche tasse auch wenn ich meinen kindern dann erklären müsste was ich da eigentlich mache aber hier natürlich die interessens abwägung würde hier aller voraussicht nach nicht ruhig gehen weil natürlich die interessen des betroffenen hier gewaltig überwiegen nicht in so einer werbekampagne zu enden konnte er vernünftigerweise erwarten dass man bei so einer veranstaltung dass es bei so einer veranstaltung tatsächlich dazu kommt dass meine bilder da fotografiert werden und dass ich dann auf kasse lande das wird man wohl unter keinen umständen bejahen können kommt gerade die meldung rein ich versuche ein bisschen parallel zu lesen interessens abwägung bedeutet aber immer dass es zu einem rechtsstreit kommen kann nein sie sehen bei der interessens abwägung das ist schon ein bisschen ein schwammiges konstrukt aber wir haben leitplanken an denen wir uns orientieren können die interessens abwägung ist aufzubauen zu dokumentieren im idealfall umso größer das projekt umso besser bereiten sie das vor und wenn sie da gute gründe finden eben im zusammenspiel auch hier mit den argumenten aus parkraft 23 kuck kunst überrechts gesetz dann kriegen sie hier eine valide interessens abwägung hin die am ende auch ja zumindest etwas größere rechtssicherheit hat klar wenn sie ganz sicher gehen wollen dann holen sie sich eben die einwilligung ein oder noch besser machen sie einen vertrag gehen sie also wird ein model release vertrag auf denjenigen zu und sagen ich habe hier eine große kampagne unterschreibt doch mal man macht eben die nimmt eben den vertrag als rechtsgrundlage ein riesen vorteil der kann eben nicht widerrufen werden auch wenn er recht unvorteilhaft abgeschlossen ist da gibt es eine ganze reihe an rechtsprechungen daran ist derjenige gebunden und das ist auch das mittel der wahl wenn sie sagen wollen ich will hier recht rechtssicher durch dann eben tatsächlich ist hier artikel 6 absatz 1 buchstabe b der die beste rechtsgrundlage aus meiner sicht bei aufwändigen großen produktionen allemal interessens abwägung auch das muss man natürlich dazu sagen nicht geeignet auch aus dem grund hier auch die möglichkeit des betroffenen zu widerrufen er kann jederzeit sagen möchte ich nicht mehr das bringt uns in probleme wenn sie eben eine print produktion schon am laufen haben darauf kann ich jetzt eben nicht im detail eingehen aber sie können sich das vorstellen alles das was das projekt eben zwischendrin stoppt ist kostenintensiv das ist eben nicht nur die abmahnung sondern vielleicht auch der betroffene der kommt und sagt jetzt möchte ich es nicht mehr das heißt hier der vertrag ist letztendlich grün unterlegt das mittel der wahl ich habe noch ein zwei beispiele aus diesem bereich und dann genau wollen wir uns den weiteren themen widmen zum beispiel auch was sehr gern gemacht wird die veröffentlichung von bildern in den sozialen medien fanpage dazu möchte ich jetzt nicht so viel sagen weiß nicht zum thema passt aber sie wissen dass alles rechtswidrig nach ansicht der aufsichtsbehörden und gerichte darf sozusagen eine fanpage nicht weiter betrieben werden soll abgeschaltet werden es gibt die aufforderung der aufsicht das zu machen viele brauchen die fanpage oder brauchen soziale medien aber nicht unser thema wir wollen hier eben eine weitere veranstaltung wo alle sehr viel spaß hatten veröffentlichen bilder veröffentlichen und hier ist eben auch die frage dürfen wir das dazu schauen wir in erwägungsgrund 39 personenbezogene daten sollten nur verarbeitet werden wenn der zweck der verarbeitung nicht in zumutbarer weise durch andere mittel erreicht werden kann das heißt im umkehrschluss kann eben das ziel einer datenverarbeitung auch durch die veröffentlichung anonymisierte daten erreicht werden ist eine unanonymisierte veröffentlichung nicht erforderlich das ist hier vom ovg lüneburg mit beschluss und dazu noch mal ausführlich auch das vg hannover es gibt eine ganze reihe an rechtsprechungen die gesagt haben wenn die unkenntlichung machung eines bildes tatsächlich eben hier zum gleichen ziel führt die verpixelung etc dann ist das eben der der veröffentlichung des bildes vorzuziehen die abgebildete person hat nämlich ein erhebliches interesse daran dass kein foto auf dem sie individuell erkennbar ist auf einer fanpage veröffentlicht wird also der fall ging auch um die fanpage nicht nur dass eine veröffentlichung von daten auf einer fanpage bei facebook mit unkalkulierbaren risiken für die betroffenen personen verbunden ist insbesondere auch keine effektive kontrolle etc ausgesetzt durchgesetzt werden kann also kurzum gibt es eben auch ein milderes mittel gibt es eine möglichkeit anders hier über diese veranstaltung zu berichten dann ist das eben nicht sozusagen möglich und man kann eben mit entsprechend filtern arbeiten und vielleicht auch hier diese veranstaltung mit anderen mitteln bewerben ich habe es mal bewusst übertrieben dass natürlich unbrauchbar ein solches bild aber in der praxis wird das ganz häufig schon gemacht dass man bilder eben anonymisiert bilder gar nicht mehr in der form darstellt wie sie waren sondern es reicht vielleicht aus die situation darzustellen ohne dass eben die konkrete der konkrete personenbezug noch ableitbar ist das können sie viel besser und es kann vielleicht auch die agentur mit der sie zusammenarbeiten wesentlich besser als ich aber machbar ist das zum teil auch schon direkt beim erstellen der fotografie dass sie den filter darüber haben dass sie schon vom ersten moment der aufnahme hier ein bildwerk haben was gar keinen personenbezug mehr enthält oder zumindest wo sie den personenbezug entnehmen das zumindest finden gerichte gut ja wenn sie sozusagen hier vorsorgen und sagen bloß um das darzustellen reicht auch ein verpixeltes bild in der praxis machen das mandanten bei mir schon recht erfolgreich man kann also ein social media account auch mit solchen bildmaterial füllen welches man eben vertraglich eingekauft hat über eine bildagentur oder eben auch bilder macht in dem der personenbezug dann fehlt wo man sachen ausblendet also da gibt es eine ganze reihe an möglichkeiten die man vorher prüft bevor man die bilder eben ungefiltert ins netz stellt also auch hier wäre dann eben tatsächlich die einwilligung eine gute möglichkeit oder eben auch der vertrag den könnten sie auch nehmen um die verarbeitung hier zulässig zu machen ich glaube letzter fall kinder das wollen wir uns noch mal besonders angucken ganz häufig gibt es natürlich das problem dass da kinder mit drin rumspringen oder hier ausdrücklich eben tatsächlich nur kinder fotografiert werden das ist besonders schwierig ich hatte ihnen ja die interessensabwägung erst gezeigt das ist noch mal artikel 6 absatz 1 buchstabe fdsgvo hier ist also sind die eigenen interessen des verantwortlichen mit den interessen und grundrechten und grundfreiheiten der kinder abzuwägen und man geht eben von einem überwiegen aus das lesen sie unten der interessen des betroffenen wenn es sich bei der betroffenen person um ein kind handelt das heißt in der regel geht unser berechtigtes interesse nicht gut aus wenn ich hier kinder habe die sollen besonders geschützt sein sie erinnern sich an den bauch der ist geschützt aber noch gefährlicher ist ein kind kinder sollen eben hier tatsächlich nicht weiter beeinträchtigt werden und das heißt die die richtige rechtsgrundlage wäre hier eben tatsächlich entweder einen vertrag zu machen dass ich die bilder nutzen kann so ist es ja auch diesem bild gewesen oder einem eine einwilligung einzuholen einwilligung ganz wichtig es gibt da alters keine richtige starke altersgrenze ab wann das kind selbst einwilligen kann oder ab wann das der minderjährige einwilligen kann man stellt hier auf die einsichtsfähigkeit des kindes ab ist das kind einsichtsfähig dann kann das kind hier sozusagen selbst einwilligen ansonsten und je nach umfang des projekts bitte beide sorgeberechtigten also beide eltern im idealfall die altersgrenzen sind ein bisschen schwierig in der praxis ab wann mache ich das denn man nimmt ganz oft so ein bisschen die altersgrenze von 16 jahren wo man sagt ab da gibt es indizien die dafür sprechen dass hier die einsichtsfähigkeit da ist aber tatsächlich die aufsichtsbehörden empfehlen da jeden einzelfall extra zu prüfen in der praxis nehmen wir das alter von 16 jahren und nehmen nur bei besonderen anzeigen die darauf hindeuten dass die einsichtsfähigkeit nicht gegeben ist dann eben tatsächlich die beiden sorgen berechtigt noch mit rein also das sind möglichkeiten um das hier ganze rechtssicher zu machen sie brauchen also immer eine rechtsgrundlage wenn sie personenbezogene daten verarbeiten die bilder also selbst erstellen wir haben gesehen noch mal zusammenfassend einwilligung und interessenabwägung sind nicht so valide für große projekte da kann ihnen der betroffene eben in die suppe spucken das heißt um hier ganz sicher zu gehen nehmen sie verträge die eben tatsächlich nicht widerrufen werden können sondern eben auch ein langfristiges projekt möglich machen bei weniger aufwändigen projekten dann kann eben auch mal die interessensabwägung hier die richtige rechtsgrundlage sein kurz noch zu den datenschutz hinweisen weil wir gerade noch beim datenschutz sind ja auch in diesen fällen braucht es einen datenschutz hinweis wir hatten dazu schon in der letzten veranstaltung gesprochen hier noch mal kurz sie haben ja die herausforderung hier neben der rechtmäßigkeit die sie beachten müssen also das finden einer rechtsgrundlage damit sie die daten verarbeiten können auch immer den gedanken der transparenz beachten betroffene müssen darüber informiert werden dass ihre daten verarbeitet werden datenschutz hinweisen ja das kennen sie aus dem privaten umfeld das kriegt man immer mitgeschickt man liest sich das nie durch wir wissen aber auch hier im bereich der personen fotografie sicherstellen dass derjenige der fotografiert wird entsprechend die datenschutz hinweise erhält ganz wichtig und die frage ist immer wie informiere ich in der regel bei veranstaltungen bei sachen die sie machen wenn sie auch jetzt nur mit einem betroffenen zu tun haben ist das recht einfach indem sie das direkt ihm gegenüber sozusagen bekannt geben sie können da ein blatt papier überreichen und sagen da steht alles drauf sie können aber auch im vorfeld eine e mail schicken mit den wichtigsten informationen der umfang bemisst sich in artikel 13 absatz 5 buchstabe b diesen datenschutz grundverordnung geben also an was sie mit den daten machen wie lange die gespeichert werden und so weiter das kennen sie vielleicht alles schon hoffentlich das heißt im bilateralen umgang mit dem betroffenen ist es kein problem problematisch ist es ganz häufig in fällen in denen sie hat eine größere menschenmenge haben die hier fotografiert wird wie in unserem fall dann ist die frage dann kann ich schlecht durchgehen mit meiner zettelwirtschaft dann wird das ganze so ein bisschen unübersichtlich hier hilft uns artikel 14 absatz 5 buchstabe b DSGVO weiter der eine pflicht zu individuellen informationen entfallen lässt ich muss also nicht durchgehen geben persönlich die hand schütteln und hinweise überreichen sondern hier kann auch ein aushang weiterhelfen der irgendwo so zentral hängt dass sozusagen alle das sehen können das ist auch meine empfehlung irgendwo am eingang ein datenschutz hinweis zu platzieren und dann sind sie auch hier ihrer verpflichtung nachgekommen ausreichend informationen darüber zu geben dass hier daten verarbeitet werden in welchem umfang daten verarbeitet werden und das ist im fall eines einer interessenabwägung eben tatsächlich die möglichkeit gibt zu sagen möchte ich gar nicht so das zum thema datenschutz ja wenn sie hier die datenschutzrechtlichen voraussetzungen erfüllen halt den richtigen vertrag schließen je nach projekt dann haben sie hier sozusagen die neuwagen garantie das klingt jetzt alles komplizierter als es eigentlich ist sie brauchen eine gute vorlage auch eine gute einwilligung und können sich hier entsprechend absichern der aushang ersetzt nicht die einwilligung gerade eine frage die reingekommen ist der aushang ist parallel zu der rechtsgrundlage zu sehen ich hatte gerade das beispiel im hintergrund sie haben wenn sie personenbezogene daten verarbeiten eine ganze reihe an anforderungen zu erfüllen die eine ist eine rechtsgrundlage sie brauchen also irgendwo eine stelle in der drinsteht du darfst das im zweifel ist das eben die einwilligung die interessensabwägung oder der vertrag und gleichzeitig muss ich aber auch informieren darüber welche daten verarbeitet werden als wirksamkeitsvoraussetzung zum beispiel für eine interessensabwägung ersetzt also nicht die einwilligung es braucht überhaupt die information um wirksam einwilligen zu können ich kann nicht einwilligen ohne zu wissen was mit meinem bild passiert habe ich diese informationen nicht gibt es keine wirksame also gibt es keine wirksame einwilligung ja ich muss wissen was was passiert ich kann nicht einwilligen in macht das bild mal und dann kommt das bei social media tassenwerbung auf schirme gedruckt und was sie sich alles noch vorstellen können das heißt das funktioniert nicht sie müssen immer umfangreich informieren nur dann sind sie in der neuwagenklasse nur dann riskieren sie eben nicht dass da irgendwas schief geht wie gesagt am anfang schon dargestellt gibt es ja auch noch das urheberrecht neben dem was wir uns jetzt schon alles angesehen haben und worüber man sicherlich noch einige stunden sprechen könnte gibt es auch noch urheberrechtliche voraussetzungen und zu erfüllen das wollen wir uns jetzt angucken sie sind jetzt wieder ein bild drin ja wir haben uns jetzt den betroffenen angeguckt und da gibt natürlich die möglichkeit über den fotografen zu gehen oder es eben direkt von einer bildagentur sozusagen zu bestellen und wir gucken uns an was ist denn jetzt eigentlich hier mit diesen fotos wie sind die denn noch zusätzlich geschützt da kann man im grunde sagen dass sämtliche fotos eben erst mal zunächst durch das urheberrechtsgesetz geschützt sind welches eben die verschiedenen rechte und ansprüche von fotografen in unserem fall von den urhebern regelt grundsätzlich sind alle fotos geschützt allein eben durch die herstellung durch das abdrücken entsteht hier ein urheberrechtlicher schutz für den fotografen das heißt sie haben im hintergrund hier die leitz ordner auch dieses bild stammt von mir auch das ist geschützt also es kommt hier nicht darauf an dass das besonders schön ist sondern es gibt hier sozusagen keine größeren voraussetzungen sobald es sich immer um eine ja genau der schutz was ist was wird geschützt bei den bildern ja das sind ganz verschiedene sachen ich will das an der stelle nur kurz zusammenfassen und hier nicht zu sehr in die tiefe gehen weil uns dafür die zeit fehlt das ist eben zum einen die veröffentlichung die erst veröffentlichung es besteht schutz dass diese bilder entstellt werden schutz vor vielfältigung vor dem einstellen ins internet recht der öffentlichen zugänglichung machen und die bearbeitung also es gibt verschiedene instrumente hier in diesem gesetz die bilder eben davor schützen und wir haben das ein bisschen einfach darstellen indem wir hier ich gehe mal stück zur seite noch mal auf den urheber abstellen der urheber macht das bild und der urheber bleibt immer mit diesem bild verbunden da hast bestehen gewisse urheberpersönlichkeitsrechte nennt sich das der urheber und das werk bleiben miteinander verbunden und es gibt hier so genannte nutzungsrechte die werden einen verantwortlichen abgegeben nur die rechte der nutzung werden abgegeben der urheber bleibt für immer mit dem werk verbunden das im gegensatz zu unserem beispiel wenn wir jetzt heute sind wir sehr autolastig unterwegs aber wenn wir jetzt hier ein auto verkaufen dann verbleibt sozusagen nichts beim ursprünglichen besitzer oder eigentümer des autos sondern hier wer geht das gesamte eigentum über auf den verantwortlichen das ist sozusagen der unterschied urheber und werk bleiben miteinander verbunden den opel astra den ich verkauft habe der ist weg ich habe nichts mehr der fährt jetzt irgendwo in afrika und ist hoffentlich glücklich mit mehr blick das wünsche ich mir zumindest wahrscheinlich selber verschwunden ich weiß es nicht das heißt wir brauchen gewisse nutzungsrechte um hier bilder nutzen zu können und da gibt es eine ganze reihe an möglichkeiten nämlich zum beispiel ein ausschließliches nutzungsrecht dass ich das bild eben nur allein verwenden kann vorteil niemand anders kann das bild nehmen das kostet bei bildagenturen ein bisschen mehr und natürlich auch beim fotografen wenn sie das machen dann dürfen eben andere personen dieses bild nicht nutzen und ich kann eben auch anderen leuten anderen personen nutzungsrechte einräumen dagegen das gebräuchliche einfache nutzungsrecht ich kann die bilder eben tatsächlich neben anderen nutzen habt da keine möglichkeit anderen die nutzung zu verbieten und das ist ein bisschen der große unterschied lizenzverträge sind manchmal sehr sehr lang und auch zu erwähnen sind hier die creative commons lizenzen das sind zuvor gefertigte standard lizenzverträge die kennen sie vielleicht wo auch klar geregelt ist was kann ich machen was kann ich nicht erster punkt hier um sicher zu durchzukommen im internet ja wenn sie bilder veröffentlichung ist bilder veröffentlichen ist die prüfung was darf ich denn eigentlich mit diesen bildern machen die ich habe und die ich bekommen habe von fotografen oder von der bildagentur hier ist es ganz wichtig dass sie sich den lizenzvertrag einmal durchlesen und sich genau damit beschäftigen welche nutzungsarten oder rechte da zur verwertung aufgehört sind was darf ich man kann das nutzungsrecht eben sehr stark einschränken was unterschiedliche anbieter auch tun zum beispiel eben den ausdruck die nutzung auf der webseite die bearbeitung der räumlichen wirkbereich den zeitlichen bereich auch die qualität die anzahl der exemplare und veröffentlichungen das alles kann eingeschränkt sein das heißt ganz am anfang wieder sie schauen was will ich eigentlich machen wie groß ist mein projekt was will ich tun und dann schauen sie passt das ganze zu dem was ich machen möchte überhaupt dazu lizenzverträge prüfen und schauen passt das alles ich habe ihnen mal das beispiel mitgebracht von adobe welches ich nutze es keine werbung gibt ja verschiedene kostenpflichtige bildagenturen die ihre dienste anbieten und hier sehen sie dann eben diese kurzzusammenfassung was in der standardlizenz drin ist also in denen in der vereinbarung welche nutzung hier möglich ist und da können sie eben schauen passt denn das eigentlich alles sie finden was erlaubt ist und sie finden auch was nicht erlaubt ist ja eigenständige datei also ich darf es nicht verkaufen irgendwie als bild etc das kann man sich eben dann ganz in ruhe anschauen und kann schauen passt das produkt zu dem was ich sozusagen machen möchte das bieten alle ähnlich an und sie können das prüfen dass das passt in unserem bild noch mal zurück zu kommen vom neuwagenkauf und gebrauchtwagenkauf das sind jetzt sozusagen die 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 möglichkeiten wir waren jetzt die ganze zeit im neuwagenbereich sie können also tatsächlich eigene bilder machen sie können bilder durch einen fotografen erstellen lassen unter beachtung eben der datensrechtlichen voraussetzungen und sie können hier mit einem ordentlichen lizenzvertrag tatsächlich eben sicherstellen dass sie die bilder auch in dem umfang nutzen dürfen dann sind sie im neuwagenbereich wenn die bildagentur eben auch die haftung übernimmt dass irgendwas nicht geklappt wird ja was kann nicht klappen ja klar verletzung die verletzung der rechte dritter kann passieren wenn der fotograf eben all das nicht beachtet oder sie das nicht beachten wenn das passiert ich bin als fotograf unterwegs und ich mache bilder ohne dass ich eben die entsprechende einwilligung oder die entsprechenden vertrag die zustimmung des abgebildeten einhole dann kann ich die bilder natürlich trotzdem verkaufen ja und dort kann es zu sagen zu einem problem kommen was man nur so ausräumen kann dass der fotograf für die agentur selbst von sich behaupten wir übernehmen die haftung sie vereinbaren das so dass sie hier im neuwagenbereich bleiben dem gegenüber zu stellen sind halt gebrauchtwagen wenn auch an ihr ziel kommen ja ich war sehr glücklich mit meinem astra aber das ist nicht ganz so sicher sie haben hier zum teil eben kostenlose plattformen im internet die sogenannte lizenzfreie bilder anbieten die sie nutzen können und das wollen wir uns jetzt mal anschauen was ist denn hier eigentlich hier das problem oder was könnte hier das problem sein das ist nämlich immer das problem der haftung all das was wir uns jetzt gerade angeschaut haben ist noch mal relevant wenn es eben tatsächlich bei der anfertigung des bildes hier oben ein problem gibt das recht am bild nicht beachtet wurde derjenige nicht zugestimmt hat dass sein bauch hier sozusagen heute in unserem impuls gezeigt wird ja der wollte das gar nicht dann haben sie natürlich ein problem weil derjenige sich direkt an ihn schadlos halten kann er kann seine ansprüche direkt an sie richten und sagen jetzt bekomme ich all das was wir eigentlich verhindern wollen schadensersatz unterlassung etc sie sind in ihrem projekt verhindert sie müssen die kampagne einstellen das bringt also sehr viele unschöne nebenwirkungen und die sie eben tatsächlich ja direkt erreichen wo sind die haftungsrisiken erst zunächst einmal unterscheiden sich diese plattform modelle natürlich in den einzelnen regelungen wir haben sehr oft ohne jetzt genau beispiele zu nennen in den kostenlosen angeboten recht ungenaue nutzungsbedingungen aber vielmehr auch das problem dass der anbieter der diese bilder zur verfügung stellt eben nicht sicherstellen kann dass derjenige der das bild beigesteuert hat auch tatsächlich derjenige ist das gemacht hat also manchmal werden diese bilder einfach wild kopiert und werden irgendwo anders her besorgt die quelle ist halt das problem und das sicherzustellen dass tatsächlich derjenige der das bild einbringt auch der urheber ist das kostet kraft und das kostet geld deswegen kosten halt anbieter die das sozusagen sicherstellen auch einen monatlichen oder jährlichen beitrag damit sie das geschäftsmodell finanzieren können das alles ist nicht stemmbar wenn ich das kostenlos anbiete das ist also eine schwäche die sich hier bei diesen bildagenturen oder bild sammlungen verbirgt wir haben ungenaue lizenzbestimmungen und wir haben eben auch das problem dass die bilder eventuell nicht frei von rechten dritter sind weil eben hier niemand geprüft hat ob das der fall ist beispiel eben kein vertrag mit der abgebildeten person ja das bild kommt von irgendwo her auch verstöße gegen andere gesetze markenrecht ist da sind ja denkbar darauf kann wir jetzt nicht im detail eingehen sie haben also hier gewisse haftungsrisiken und die sich bei der neuwagen klasse ausschließen lassen ja wenn sie sagen ich brauche was ganz rechtssicheres ich möchte gerne keine post vom anwalt vom anwalt dann haben wir hier ein auszug zum beispiel wieder von adobe finden sie aber auch bei ähnlichen konkurrenzprodukten dass adobe die verteidigung im zuge einer forderung einer klage oder eines prozesses eines dritten übernimmt und sie können das hier mitlesen wenn eben gegen urheberrechte marken persönlichkeitsrechte oder rechte auf privatsphäre des dritten hier sozusagen verstöße gegeben sind adobe zahlt schäden verluste kosten ausgaben oder haftung die direkt auf einen verletzungsanspruch zurückzuführen sind et cetera also sie haben hier sozusagen die neuwagen garantie mit drin und können hier recht sicher durchs internet schiffen und müssen sich da jetzt nicht so viele gedanken machen sie haben es dann letztendlich selbst in der hand bei der gebrauchtwagen klasse den kostenlosen bildern ist das mitunter nicht der fall wir haben hier tatsächlich eben bilder die nicht in dieser die die nicht in dieser freistellung von der haftung und nicht von dieser freistellung umfasst sind die begrifflichkeiten verschwimmen ein bisschen an dieser stelle wir sprechen da oft von also ganz oft ist der begriff gemeinfrei bilder angegeben bilder die eben gar keinen urheberrechtsschutz mehr genießen demgegenüber also weil durch zeitablauf irgendwann der urheberrechtsschutz abläuft dann sind die bilder gemeinfrei ganz oft ist das nicht der fall die begriffe verschwimmen so ein bisschen gemeinfrei bilder können tatsächlich ohne erlaubnis des urhebers hier veröffentlicht werden und genutzt werden das ist aber häufig falsch verwendet wir haben hier auch lizenzfreie bilder das auch falsch verwendet wir haben wir können einfach sagen kostenlose bilder bilder die eben hier tatsächlich ohne kosten und ohne einschränkung durch durch einschränkung verwendet werden können diesen gemeinfrei bildern praktisch gleichgestellt wir finden das ganz oft in dieser creative commons lizenz cc0 dann sozusagen ist hier alles erlaubt kommerzielle nutzung ohne nennung des urhebers etc das wird ganz oft verwendet und wenn sie dann aber in den lizenzbestimmungen weiter lesen dann auch hier der hinweis creative commons hat nicht den tatsächlichen schutzstatus von werken und inhalten überprüft die hier mit cc0 freigegeben wurden da kann keine garantie und keine zusicherung gegeben werden zu irgendwelchen werken und zu irgendwelchen haftungen das heißt genau das ist unser gebrauchtwagen sie haben hier eine recht günstige möglichkeiten bild zu besorgen weil sie sagen ich kann das einfach runterladen das funktioniert super aber sie haben eben nicht die gewähr dass das frei von rechten dritter ist dass hier entsprechend sorgfältig gearbeitet wurde und ob der urheber überhaupt der urheber war das hochgeladen hat der das ob der überhaupt diese lizenz sozusagen wollte das ist alles unklar und das bringt uns eben hier in den bereich des gebraucht wagens das ähnliche ich habe jetzt nicht zu viele beispiele aber auch von anbietern wie pexels hier wenn sie in die nutzungsbedingungen schauen dann finden sie immer den hinweis kein keine diese diese service werden ohne mängel gewähr und die vorhandene form zur verfügung gestellt wir übernehmen keine ansprüche etc pexels bemüht sich sicherzustellen dass hochgeladen inhalte nicht es braucht oder entgegen den interessen jetzt muss ich selber so ein bisschen schauen nutzungsbedingungen verwendet werden jedoch kann pexels nicht für die handlung oder unterlassung seiner nutzer verantwortlich gemacht werden pexels haft nicht für die noch nach einer anderen natürlichen juristischen person gegenüber allgemeinen schäden etc also nicht der neuwagen garantie wenn sie liegen bleiben mit dieser lösung dann müssen sie selbst an sie müssen selbst das rad wechseln sie haben dann selber die kosten irgendwie zu übernehmen und zu tragen und müssen sich sozusagen da ein bisschen mehr aufwand machen das ist der unterschied neuwagen gebraucht waren hier also hier im rahmen der haftung bemerkbar macht zum schluss ja nach diesen doch recht komplexen rechtlichen anforderungen wird es noch ein bisschen komplizierter einsetzen wir noch drauf in den letzten minuten denn neben dem neuwagen und den gebrauchtwagen gibt es hier eben noch den selbst gebastelten wagen den man hier fahren kann den den wagen der eben aus irgendwelchen einzelteilen besteht die wir gar nicht so richtig kennen das sind kai generierte bilder das ist sozusagen ja neu gibt es noch nicht so lang dass wir uns mit bild generatoren im internet hier bilder erstellen lassen können das bild was sie sehen ist auch von der kai gemacht das habe ich nicht selber gezeichnet und auch nicht sozusagen von einem urheber erworben sondern das ist das direkte ergebnis meiner meiner eingaben und kai generierte bilder fallen so ein bisschen aus diesem ganzen kontext raus wir haben uns das erst angesehen recht am eigenen bild wir hatten den urheber und voraussetzung dafür dass natürlich hier die dsgv zu berücksichtigen ist ist erstmal überhaupt ein personenbezug der entfällt wenn wir das bild gar nicht nehmen der bauch bleibt sozusagen wo er schon immer war auf der wiese es fotografiert gar niemand mehr diesen bauch und wir haben auch keine persönlich geistige schöpfung wie sie das urheberrechtsgesetz vorsieht in paragraf 2 absatz 2 schutz der schutz sozusagen entsteht gar nicht weil es natürlich kein mensch ist der hier ein bild generiert sondern ich gehe jetzt ein stück zur seite oder auf die andere seite wir haben hier die kai die etwas tut wir gehen mal davon aus dass wir eine völlig autonome kai anwendung haben wo sozusagen nicht ein mensch noch eingreifen sagt ich stelle noch irgendwelche filter um sondern die die kai macht selber ein bild und ich habe das mal eingegeben man wiese die verschiedenen voraussetzungen und sie sehen da kommt ein vergleichbares bild hier raus was die kai produziert und dieses bild das nehmen sie eben hier als verantwortlicher und können es eben auf die webseite stellen das sozusagen ist das was jetzt möglich ist sie können also ganz zielgerichtet hier bilder verwenden und die kein urheberrechtlichen schutz genießen das ist alles noch ein riesen graubereich weswegen hier keine neuwagen garantie greift also sie sind hier nicht im sorglos paket weil natürlich grundlage diese kai bilder immer werke von echten künstlern und fotografen sind die kollegin die den impuls zu kai bildern gemacht hat den sie sich ja noch mal anschauen können hatte das auch ein bisschen mit der prüfungs oder eine notwendigkeit einer prüfung kommentiert sie sollten mal schauen ob das nicht irgendwie anderen bildern ähnelt die ja sozusagen als grundlage gedient haben und das ist genau der aufwand den sie haben sie können mit einem selbst gebastelten auto auch ans ziel kommen haben aber den aufwand dass sie vielleicht noch mal so ein bisschen recherchieren müssen noch ein bisschen was wechseln müssen ein bisschen gucken müssen und das gleiche kommt bei kai bildern zum einsatz die notwendigkeit eben hier rechte dritter zu prüfen gibt es das bild schon ist der inhalt so ähnlich sind vielleicht irgendwelche markenrechte et cetera verletzt das ist dann eben liegt bei ihnen da gibt es auch keine oder seltene haftungsübernahme des anbieters sie haben verschiedene nutzungsbedingungen des anbieters natürlich ebenfalls zu beachten aber eine verletzung der rechte dritter kann nicht ausgeschlossen werden das ist die kurze zusammenfassung vielleicht auch noch ganz relevant natürlich wenn wir hier im bereich dessen sind dass ein bild nicht geschützt ist dann ist auch eine weitere verwendung durch dritte möglich das heißt jeder kann sich ihr bild nehmen und eben ebenfalls verwenden das ist auch nicht schön wenn man jetzt sozusagen ein größeres projekt hat wo man ja auch eine gewisse unterscheidbarkeit in der darstellung oder in der wahrnehmung haben möchte zur kai könnte man noch so viel mehr sagen aber das würde unsere zeit leider übersteigen leider vielleicht kommen wir dazu noch mal eigenständig aber das ist sozusagen hier unsere dritte kategorie wir haben einmal den neuwagen ich kann vielleicht noch mal zu dem bild zurückgehen wir haben eben hier einmal den neuwagen ja wenn sie ganz sicher gehen wollen dass nichts passiert dann beachten sie die datenschutzrechtlichen vorgaben stießen sie eben model release verträge mit den betroffenen oder nehmen sie eben tatsächlich bildagenturen die die prüfen dass diese bilder die hochgeladen werden vom urheber stammen dass diese bilder auch frei sind von rechten dritter und dass sie sozusagen hier im garantiebereich durchs internet erfahren das ist also das sicherere modell für große projekte die sie unternehmen wo es teuer wäre die einzustellen wo sie sozusagen ganz sicher gehen wollen dem gegenüber der gebrauchtwagen wenn sie sagen ist mir alles zu viel ich brauche mal schnell für eine interne präsentation oder für eine sache die vielleicht nicht diese relevanz hat die nicht darunter leiden würde dass man sich kurz einstellen muss weil jemand abmahnt oder unterlassung fordert dann kann eben auch hier der griff zu kostenlosen bildern sogenannten lizenzfreien bildern der richtige weg sein und ganz am ende sie sehen ich bin ja auch mutig habe dieses bild heute genommen kai generierte bilder die ja zusammen gebastelt werden sie können das nicht nachvollziehen aus welchen quellen das stammt sie können hier dann vielleicht auch nicht die zeit aufwenden eine extreme recherche zu machen nach den rechten dritten gibt das bild vielleicht so oder so ähnlich das heißt hier haben wir auch ja ein vielleicht zeit und kosten aufwändigen punkt aber der natürlich auch dann konkrete ergebnisse liefert sie sehen dass das sind die ja möglichkeiten wie sie ja ohne abmahnungen möglichst durch die bildnutzung kommen oder mit der bildnutzung geben hier abmahnfrei bleiben das ist auf die minute jetzt meine zusammenfassung der bildnachweis darf natürlich nicht fehlen für die bilder die ich heute hier hatte und ansonsten ja freue ich mich jetzt auf ihre fragen